so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die bombenstimmung mit bombenstimmung von nico was zum feck eine neuheit 2017 ich sag jetzt mal leitwerk raketen sind aber im grunde eigentlich bombenrohre ganz einfach 30 mm bombenrohre den 13 schüssen von nico nachempfunden auf das set ist eine neem von 59 gramm und die gibt es in der ausführung silva chrysanthemum red dahlia und strobe willow wieder so schöne bombenrohre in kategorie f2 auf dem deutschen markt gefällt mir sehr gut ich habe die auch schon ein paar mal live gesehen waren jetzt nicht so gut ich mache mir aber jetzt noch mal selber im bild gekauft im hornbach natürlich und ich wünsche euch jetzt viel spaß bei der zündung und ich hoffe die wären gut bis gleich bombenstimmung von nico mein cousin wird jetzt mal das cover hier oben wegreißen mit aller kraft einfach so gut jetzt gehen wir zum zündplatz länder was fang mal an ich würde mal sagen mit denen der sich hier so wehrt genau und was bist du das muss ja nur ein schuss abfeuern so silva chrysanthemum auch mit einer silber chrysanthemum lunte die war ja doch schön last but not least sehr geliebt von daniel dieser effekt in der dreizehn schützer serie und ich denke mal mir wird es auch sehr munten die lunte ist auf jeden fall kurios geiles sortiment auf jeden fall eine kaufe empfehlung richtig schön 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 Bis zum nächsten Mal.